damit ein herzliches willkommen zu einer neuen feuer subsistence ja ich bin doch sowieso noch mal 20 minuten offscreen gemacht das einzige was ich mal hatte war ein bear wolf begegnung den wolf habe ich mit zwei schuss mit der schrotze erledigt in stufe 2 wolf war gut zu wissen dass man die so schnell killen kann wie es weiterläuft was brauchte ich noch mal 120 ach so 120 ich wollte ja gucken ob es über 100 masse hält wenn nicht dann muss ich auch diesen wasser fabrikator machen zum teufel hätte auch keine ahnung ist das nicht gekündigt ist auch noch nichts drin ich habe ja noch eine felle in der macht warum schon abgekrast und was ich wieder sehen habe war wieder so eine high end kiste wo ich gesagt habe oh nein warum will ich jetzt sehr schnell eine werkbank machen ich hoffe da gibt es die triche zu machen ich hoffe es einfach ein paar erdzeige geförmd sonst war doch nichts was bewegendes und gepflanzt habe ich auch warte zwiebel ratofil das muss man so schön braucht was sind zwei oder noch mal zwei schrutsche ich habe schon verballert wird ja mal wissen wie es nachkampf aussieht und schon da kommst du ruf hinter richtig geil zwei schuss minimum zwei schuss ein wolf stufe 2 weggerotzt Fischräuse würde ich mir auch mal machen hätten sie nicht wieder erze Hasern wo ich mitnehme alles ja was es ist irgendwann brauchen wir uns Fischräuse vielleicht muss am besten das neben der base sagen kann zum beispiel in dem busch so dann machen wir so ein zweifert ein zweifert so dann das wenn du in dem buschst wirst du doch wirst du es nicht im wirst du nicht nicht Oh, ein Hühnchen. Hühnchen. Muss ich mal nur eine Karotte holen. Das ist schon fertig. Kein Tierhaltung. Seile. Hm, hm, hm. Selbst aufzuziehen, die liefern weit bessere Rohstoffe als Wildtiere. Wenn ich mal ein Blübole. Hm. Schreibeer. Da fand ich noch was. Ich denke mal, jawohl. Eine Kiste. Munitionskiste. So. Und. 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 Das Hühnchen will ich noch haben. Oh. Einen Tomatensamen. Super nice. Stoff. Schnappstoff. Und Schnaps. Und. Vielleicht läuft es aber immer noch mal verloren. Ein Schuss zu verschwinden. So. Kupfer. Das heißt, das ist voll mit Hühnchen. Das heißt, das ist voll mit Hühnchen. Zwiebeln. Was ziehe ich jetzt den Samen? Viel besser. Samen zu ziehen. Dann krieg ich mal mehr. Zwiebeln statt einer mehr. Das heißt, das ist voll erschissen. Ich weiß, ich weiß, wenn die Tömer gibt. Wie ist es nicht gut? Ich weiß, dass sie sich nicht aufzieht. Ich weiß, dass sie nicht genauer sind. Die Tömer sind wieder. Die Tömer sind wieder öffn. hoch und man fast mein Handy runter verloren damit hat er bei rum Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das so? Was ist der, Alter? Was ist der, Alter? Da ist ein Eis bepflanzt. Und jetzt auch nicht über 100 Massen. Das heißt, dass wir für Pekater das Richtige baut. Jetzt wird mal so. Und bauen wir das Fatsch. 3. Super schön. Dann nehme ich die zweite Bär. Da ist noch ein Hühnchen drin. Anscheinend nicht. Oh, nicht. Dann können wir keine Mitarbeit. So. Dann werde ich mal schneller, schneller, aber schneller. So. Ja. Zimplation. Entschuldigung. Jetzt. Ah. Ach so. Oh. 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 Benzin. Nein. Man braucht Strom. Oh. warte ich mal noch schnell den baum da oben das eine mal habe ich die geradet, die da oben, Jäger, habe ich die Asche von den Cloud, die haben aber auch keine Kissen, ne? weil es auch noch eine offene Base war, nicht wie es jetzt ist, besser noch nicht, wenn man da richtig rein kommt, man C4 bauen kann, ja, man C4 bauen kann, auf einmal die Tür weg springen kann hm das ist noch meine Frage hier das ist noch da so hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Runde angeln, ja. Das ist viel besser. Wenn ich mal die Infektion loswandle, dann schnaf ich. Was ist das? und noch einmal angeln und dann ist die volle dann schon sein was sind jetzt so was im sommer im sommer im sommer im sommer ist die stelle große ein ausgewachsener lachs was bekommen so was das für diese folge ist die schau schau so